Ja, Leute! Willkommen zurück zu The Walking Dead! Wie geht's, Ben? Ich sehe die Mädchen und nicht auf einem mega coolen Train. Was denkst du? Du musst eine Verarsche sein oder so. Idiot. Ich weiß nicht, ich mag diesen Ben nicht. Sorry about the RV. Ich bin überrascht. Wir sind wirklich auf uns selbst hier jetzt. Wir setzen jetzt ein bisschen Zeit in diesen Trainern. Wurde kommt die Wurde. Der Boxcar ist sicher genug, um zu schlafen. Ich hätte es besser zurückkommen. Wir müssen das Ding trotzdem gar nicht setzen. Sonst wird das nichts mehr. Reden wir nochmal mit Clem. Hey, sweet pea. Bist du hier gut? Ich weiß nicht, dass es gut fühlt. Ich weiß nicht, dass es gut fühlt. Ich weiß nicht, dass es gut fühlt. Denn... Nein, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ja, ich verklöbe hier, aber das ist ja Wahnsinn. Scheiße, das ist... Das wird noch passieren, hoff' ich. Was ist denn das hier? Ein Notizblock. Scheiße, das ist es. Instruktionen, um das Auto zu starten. Damm, die Plätze sind weg. Ich kann die Indentation von der Schrift sehen. Perfekt. Kannst du es jetzt lesen? Ja, sollte man einfach die Schritte folgen, um das Auto zu starten. Klingt gut. Aber das Spiel hängt ab und an sehr. So. Schau' wir doch mal auf das Blatt. Jetzt oben, unten, oben. Alles klar. Ja, warum hängt das immer wieder? Oben? Das lassen wir, wie es ist. Und noch mal oben. Ah, super! Alles, was du getan hast, lasst den Dach auf! So weit, so gut. Alles klar, das ist der Fünfte. Das eine gehört so, und das andere so. Alles klar, das heißt, das müssen wir umdrehen. Ja, grün! Jawoll! Okay, jetzt müssen wir Schritt neun. Ach so, wir haben das jetzt quasi schon in Betrieb gesetzt, oder was? Ja, das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir sicher beim Sicherungskasten irgendwas machen. Also, ihr wisst schon, was ich meine bei der, bei dem Motor oder so. Nee, das ist das falsche Türchen. Nee, das ist das falsche. Das müsste der richtige Raum sein. Genau. So. So. Dann schauen wir's noch mal nach. Also, einmal nach links von meiner Sparte, also einmal nach rechts. Also, zuerst mal nach links. Jawoll. Und einmal nach rechts. Jawoll. Meisterleistung. Ja, das mit Duck können wir nicht ignorieren. Ja. 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 Ja, er ignoriert das mit Duck einfach. Ich meine, er hat bei, äh, er hat bei, äh, Lillys Vater nicht lange umgeschissen. Aber bei, äh, bei seinem, äh, bei seinem, äh, bei seinem Sohn scheißt er schon elendig. Und, äh, ich kann's ja verstehen, er ist ne Vater, aber trotzdem. Er ist infiziert und fertig. So. Gashebel, ja. Ah, jetzt haben wir das Ding gelockert, oder? Natürlich. Wir sind noch enthalten. Kannst du gehen, wo wir befinden? Und uns nicht befinden? Ja. Aber das Spiel gefällt mir schon sehr gut, muss ich sagen. Aber wir müssen uns auch mal an Duck kümmern. Sehr viele Emotionen in diesem Spiel, muss man wirklich dazu sagen. So, jetzt können wir's bewegen, schätze ich mal. Jawoll. Sehr schön. Hey Kenny, wir sind los. Cooler Sache. Wie geht das denn mit meinem Sachen? Wer bist du denn du? Ähm. Ich hab dies genommen, wer bist du? Ich nenne nur die Karte mit der Zugstrecken. Ich hab' die Karte mit der Zugstrecken. Das ist gut, du kannst das haben. Wirklich? Ja. Ich hab' die alle direkt hier. Ist das ein Penner, oder was? Ich glaube, es ist kein Schmerz für's. Mein Name ist Chuck. Charles, wenn du fernst. Lee. Das ist deine Crew draußen? Ja. Und der Typ in der Karte. Er auch. Ich sah dich durch hier. Und hab' dir gedacht, dass du die Karte auf dich schraubst. Was? Aber ich konnte mich nicht erlauben, das zu machen. Du bist noch ein bisschen freundlich. Ja. Trainwerte werden das tun. Ich hab' schon alle außerhalb kennengelernt. Sie haben mich alle schnell schnell in der Sonne. Ich hab' Chuck gesehen. Ja, ich hab' das gemacht. Es ist so schön, jemanden normal für einen Veränderung zu treffen. Er hat uns Karte gegeben. Ben auch. Was ist dein Spiel, Mann? Bleib' ihn live. Das ist mein Bett. Ich mag's. Du meinst Kenny? Ja, sicher. Der Mann hat mein Lieblingsweg verlebt. Das ist bestimmt. Ach du Scheiße. Der Tag geht's immer schlechter. Ich bin sehr entschuldig, dass dein Sohn nicht gut fühlt. Ich empfehle dich, dass dein Sohn nicht gut fühlt. Na ja, mit einem kleinen TLC bin ich sicher, dass er in kein Zeitpunkt besser wird. Und ich kann euch allen was, was ich bekomme. Obwohl es nicht viel. Vielen Dank. Danke. Wir möchten das gleiche machen. Warum halten wir auf die... Bleib' mit uns. Wir möchten die Firma. Ben. Na ja, okay. Reden wir doch mal mit Doug. Ah, mit Ben. Nicht mit Doug. Wie geht's mit dir, Ben? Ich bin die Mädchen und nicht auf einem mega coolen Train. Was denkst du? Halt doch mal die Fresse, du Arschloch. Ich mag diesen Doug gegen der Erbbesen, Ben nicht. Ich hätte besser wieder zurückgekommen. Ach so, okay. Dann reden wir mal mit Chuck. Der ist ganz sympathisch eigentlich. Hey Chuck. Honey. Warum bist du allein? Warum nicht? Es scheint mir alles gut zu machen. Okay, dann. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich mag dich eigentlich rundherum. Es ist nett. Du hast uns auf einen schlechten Tag. Hm. Du hast noch ein paar Kinder. Und dieser hat einen guten Geist. Das ist ein bisschen was. Stimmt, ja. Wo kommst du her? Woher bist du? Du lebst hier? Georgia-Geräusche. Du hast gesehen, wo ich lebte. Ich spreche mit dir später. Ich glaube so. Hey, süßes Pee. Das Kandyschuk gab dir. War es gut? Es war wirklich gut. Kein lustiger Nachdruck? Nein. Nein. Das Kandyschuk ist cool, oder? Ich denke. Es ist ein bisschen schrecklich. Also, das ist es? Wir sind entfernt? Ja. Sieht so aus. Ja. Great. Wir haben nicht viel übrig. Also, nur was du hast. Los geht's. Also, Fripp ist keine Ahnung. Wir können das nicht ignorieren. Schau mal den Kind, Kenny. Das ist passiert. Es ist passiert. Es ist passiert. Und wenn es so ist, was wir hier machen können? Wir gehen auf dem Trainern und finden etwas besser. Das ist der Plan. Ich denke, Lee, einfach will es überraschieren. Es ist überraschieren. Es ist überraschieren. Es ist überraschieren, Kat. Ich werde da vorne. Ich will nicht hören, bis wir kommen, bis wir gehen. Was? 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 Die sind die mitgebracht? Wollt ihr den Hauptaufwand? Ach, was? Was?! Du bist schon fertig? Was? 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 Und dieser Chuck fährt auch mit. Aber Duck tut mir noch immer leid. So ein kleiner Junge wird gebissen. Das ist schon bitter. Da rennt schon ein Walker herum. Es wird schwer sein, oder? Drei Kinder, drei Kinder. Kein Zinspekt, Sonny. Allerdings, wir schaffen das. Es gab mehr von uns. Dad, sie holen. Ja... Oh, das ist ein Schade. Lee! Lee, ich brauche dich jetzt. Ich brauche dich, um Ken zu holen. Was ist das? Würdest du das aus seinem Gesicht bekommen? Meine Hände sind voll hier. Danke. Würdest du das aus seinem Gesicht bekommen, bitte? Was ist das? Wir müssen diesen Tränen stoppen. Okay. Es geht immer schlechter und wir können das nicht ignorieren. Es geht Duck immer schlechter und wir können das nicht ignorieren. Genauso wenig wie sein Vater ignorieren kann. Das wird jetzt ernst zu nehmen in das Gespräch, meine Freunde. Naja... Hey Kenny, was geht ab? Du musst den Tränen stoppen. Kenny. Komm schon, Kenny. Duck ist da hinten so gut wie tot. Ich sage dir, halte zu gern. Kata braucht dich, Kenny. Duck wird alles gut sein. Warte auf, Mann, das ist vorbei. Er ist tot. Warte auf, Mann. Warte auf, Mann. Warte auf, Mann. Ich habe eine echte Familie, die ich versuche, zu schützen. Nicht den verdammten Scham, die du da raufst. Was zum Teufel meiner Witschwindel? Warte auf, Mann. Warte auf und du's schwindelst, und... Warum schlägst du dich auf einem Tag wie heute? Und du zu erzählen, deine Freundin. Was ist der scheitere Problem? Er ist ein bisschen verrückt, aber wir können nur nachher aufgeben. Und du ignorierst das bloß, mein Freund. Du bist aber da, dass Herschels Sohn nicht getötet hat. Du hast nicht Herschels Sohn töten. Ja, ich habe ihn. Und jetzt ist es zu mir. Das ist nicht so, was ging. Ich habe keine Angst vor deinem Kind, aber ein schlechtes Ding zu jemand anderem. Es gibt keinen Weg, dass diese Welt mein Sohn leben lässt. Es gibt keinen anderen Sohn in der Erde. Es gibt keinen anderen Sohn. Wir wissen das. Du musst ihn anhalten, mein Freund. Es geht um deinen Sohn. Ja, jetzt müssen wir uns wohl oder übel um Duck kümmern. Ja, Leute, das wird eine extrem schwere Sache werden. Da ich ein Herz für virtuelle Menschen habe, wisst ihr? Ich glaube, es ist Zeit. Der Junge hat gebetet, in case du das nicht herausgefunden hast. Jack scheint das egal zu sein. Geh so lange, wie du brauchst. Es gibt keinen Zeitpunkt, um zu nehmen. Was wird er tun? Oh Mann, der Junge tut mir voll leid, Leute. Du kannst ihn nicht ermöglichen, dass er einer dieser Dinge zu sein wird. Aber was, wenn... was, wenn er nicht... Kann er? Ich liebe dich sehr. Ich liebe unseren Sohn mehr als das Leben selbst. Ich brauche dich, um mich zu hören. Was du sagst, dass er nicht sein kann, ist schuldig. Aber... Nein. Es gibt... Komm schon, Kat. Wenn du einen denkst, lass mich wissen. Es gibt keine Art Schild? Oder etwas, was wir ihm einfach geben können? Stop es. Es geht um zu schlafen. Right, Frau? Ich meine... Jesus, das ist unser Son. Ich weiß. Aber wir wissen, dass es hier ist, oder nichts. Fuck. Also, wer, dann? Du willst, ich? Du musst nicht. Ich mach es. Ich glaube, wir sollten das übernehmen, oder, Leute? Gott, du... Fuck. Ich... Ich kann es nicht. 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 Ich kann es nicht, aber... Das ist außerhalb von dir. Ich werde es machen. Nein. Es sollte ein Kind sein. Kein Kind, hätte es so etwas tun müssen. Bitte, Kat. Wir können unsere Gehörungen sagen und... ... und... Lasst es nur das sein. Ich weiß nicht. Ich werde es nicht. Ich werde es nicht machen. Ausgerechnet ein Kind erschießen. So was ist einfach bitter. Ja, das ist schon mal gut. Und Clem muss das nicht mitbekommen. Gib uns einen Moment... ... um aufzuhören. Klar. Aber natürlich, Katja... Oh Mann, der Junge tut mir voll leid, Leute. Ich könnte es voll los heulen. Das Spiel ist so emotional. Das ist Wahnsinn. Das hat mehr Emotionen als alles andere. Ja, und Clermetain checkt natürlich auch ab, was geht. Sie weiß natürlich, was passieren wird. Sie ist ja kein dummes Mädchen. Gott sei Dank. Sollen wir die Wahrheit sagen? Ich werde mich um Duck kümmern. Ich werde mich um Duck kümmern. Ich werde mich um Duck kümmern. Ich dachte, er wird sterben. Ich werde ihn aus seiner Mühe bringen. Ja, ist immer besser so. Schau, Clem. Dinge sind... Was zum Teufel? Bin, zieh Clermetain in den Trainern. Geh! Es wird gut sein. Heilige Scheiße. Was ist jetzt los? Aber Leute, das... wird jetzt krass, oder? Was war das für ein Schuss, ey? Nein! Katja? Was zum Teufel? Katja! 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 Oh nein! Sie hat sich selbst umgebracht. Scheiße! Warum? Katja! Oh Gott! Sie könnte das nicht mitmachen. Sie hat sich selber erschossen. Was ist zur Hölle passiert? Was hast du... Sie konnte... Sie... Sie ist... Oh... Oh Gott! Armer Kenny! Scheiße! Fuck! 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 Oh nein! Das gibt's doch gar nicht! So viele Tote in einem Tag! Scheiße! Das spielt nämlich total mit, Leute! Hundescheiß! Was machen wir? Gib mir die Waffe, Kind. Ich werde es machen. Wir müssen jetzt zielen. Mach's gut, Duck! Mann, oh Mann! Das war jetzt scheiße! Das berührt mich selber voll! Ohne Scheiße! Ja, jetzt hat er seine ganze Familie verloren, der gute alte Kenny. Tut mir voll leid. Aber was soll man machen? Kenny hätte es nicht tun können. Er ist total fertig. Man merkt's. Puh. Das ist bitter, Leute. Das ist verdammt bitter. Ja... Ja... Trotzdem, Leute, werde ich sagen, ich mache hier einen Schnitt. Wir haben jetzt viel erlebt in diesem einen Part. War verdammt emotional. Ich brauche jetzt eine kleine Pause. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder bei The Walking Dead. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Alles gut. ��